Herzlich willkommen auf diesem Kanal. Und ja, wie schon gesagt, ich bin hier bei der Sonne. Und zwar hier ist die Rune. Und ja, hier bin ich gerade da vorne. Da war auch der Kindergarten wieder. Also, war ich ja noch nicht. Da vorne ist dann auch der Kindergarten. Und ja, ich hab's euch gesagt, die Wärtschaften und die sind ganz bisschen leicht. Zum Beispiel, siehst du ja auch gleich wieder auf Marker machen. Das ist ein kurzer Vlog, aber eine Minute ist eigentlich 1,5 oder so. Wir müssen langsam vielleicht einmal auch noch schneiden. Oder wir werden jetzt nicht schneiden. Denn jetzt ist hier grad nicht besonders warm. Ich weiß nicht, zwei, drei Grad. Aber ja, gut. Kann ich mir hier die Temperatur aussuchen? Nur eben nicht. Ja, ich hab jetzt mal wieder geladen und ein paar Hörbungen gemacht. Und jetzt siehst du noch, wie soll ich laufen? Vielleicht wie soll ich da noch was machen? Ich kann leider aufnehmen. Oder... Jetzt ist jetzt hab ich noch ein Video-Flaget. Das ist ein Notfall-Video. Das ist nicht ein ganz verfahrenes Video. Jedenfalls Video immer gut. Ich würd' sagen, das war schon voll diesen miesen-Foodsack. Und hier kann man nichts dazu machen. Geheimlich. Aber... Ja, wie wir uns bei DisRuby erkennen. Habe ich da mal ein Video hingedreht. Wir haben hier ein bisschen zu betrunken. Und sagen, sieben und zwei wieder macht es. Das ist ein Video-Stopp, mein Name.